An dieser Stelle, mein lieber Frodo, komme ich ins Spiel. In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit. Jetzt bin ich in der freien Welt, oder was? Voll cool hier, äh... Frodo und Sam, ne? Nice, erstmal auf Frodo. Ein Ringträger. Hat der auch irgendwie eine Pratpfanne oder so? Ne. Oh, ne Hähnchen. Und Eisen. Ultraschön hier ist online. Ist echt voll gut. Alter, was hier alles rumrollt. Karotten. Ja, komm, verschwinde doch. Hier Leute, Holz. Baguettes, oder was? Rockenholz. Die hier sind dicker Mampfen. Eigentlich dieser Drachen. Eine fremdländische Spezialität? Hä? Aber sicher. Kann ich da hoch? Ne. Wow. Echt voll schön. Oder so Hobbit-Höhlen. Uh. So Schlieren im Bild. Mach lieber wieder... Oh. Wollte ich gar nicht. Die, äh... Dings wieder an. Äh... Sekundation hier. So, da sind wir wieder. Äh... So, da sind wir wieder. Äh... Soll ich sagen, jetzt haben wir mal grad einfach das Spiel abgeschmiert. Äh... Wo ich das hier umgestellt hab. Ah, jetzt ist noch... Oh, ich lass es mal einfach auf außen, ich das wieder, äh... abgeschmiert. Da hab ich jetzt keine Lust drauf. Bisschen blöd. Na, was willst du denn machen? Oh, da klitzert irgendwas. Jetzt nicht mehr. Seile. Komm, hier war da noch irgendwo einer. Hier war da noch irgendwann einer. What? Oh Gott. Wie öffne ich eigentlich diese Karte da? Select. Ah ja. So, jetzt... Jimmy... Oh. Oh. Ich glaube, ich kann tatsächlich hier überall hin. Oh. Da ist doch schon was. Was ist denn das? Ach, dat ist... Ja, Erebor hier. Da ist der Arkenstein. Den ich wohl holen soll. Ist das da der gleiche im Eingang? Ach, und hier sind jetzt... Moment. Die ganzen Dinger... Warte, was ist das hier denn? Ah, hier ist der Bilbo. Ich bin schon irgendwie... Ah, okay. Das ist das hier. Mitril Stein. Ach so. Mitril Stein. Was ist das hier? Ach so. Oh, das hier. Mitril... Äh... Staubsparten? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm... Ach... Weißt du was? Gehen wir einfach mal da hin. Lass aber noch das Geld hier mitnehmen. Hier ist dieser Brief. Äh... Gibt's hier ne Brücke? Da komm ich da so rüber. Nee. Moment, hier sind ich völlig... Mit, äh... Einer Angelroute, wie zum Beispiel die... Äh... Äh... Wenn wir angehen, jetzt drücke X oder A. Genau dann, wenn der Kreise das Symbol wird. Oder hat der... Äh... Einer Angelroute? Einen Spaten? Was ist das denn? Lol. Was ist das denn? Kochbuch oder was? Hm. Ja, aber ne Angel hat der auch nicht. Läufe ich denn noch hier so? Kojimi... Schatzgepäck... Ah... Kann Lego... Ach nee, ne Zünderbüchse. Kann Legofeuer entzünden. Und hier kann... Kann Graben und Samen pflanzen. Okay, und das hier kann nix. Oh, leck! Was gibt denn denn hier alles, ey? Krass! Oh! Joa... Ne? Na ja. Ich geh mal weiter. Ah! Aber das wollte ich nämlich noch mit. Ah! Ich will da hin. Ich muss doch irgendwo... Ne Brücke hier... Da ist eine! Ich seh doch schon eine. Perfekt. Oh, da liegt jemand. Kann ich hier runterschussen? Na komm! Na komm! Nice! Oh! Oh! Leck! Oh! Wie der geschrien hat hier, ey! Bäm, bäm, Junge! Ich schieb dir böse! Was? Das liegt ja wieder da. Naja. So, hier runter muss ich für diesen Brief da. Wird immer da... Oh! Wird immer da zu heißen, ne? Kann ich irgendwie sprinten? Ne. Die sind auch so Häuser. Komm, da geh ich auch mal rein. Geh ich nur rein. Nein, das kann ich nicht rein, wa? Wahrscheinlich das hier. Ach! Okay. Okay. Cool. Wird auch schön eingerichtet so. Fetter Kamila in jedem so einem Haus. Na, natürlich erstmal looten die ganzen Häuser hier. Immer drauf! Oh, ich kann sogar den Herd hier auseinandernehmen. Wie einfach nur alles zerstören kannst hier. Oh! Da liegt Holz rum. Oh! Hier sind auch noch Sachen. Oh! Ich kann den ganzen Tisch hier zerkloppen. Oh lol. Kann ich hier wieder raus? Ne. Muss wieder hier raus. Bisschen klein in die Hütte. Aber sonst... So, Minikarte. Ich muss hier hoch irgendwo, ne? Oh, lauter Gold. Hier. Muss es sein, oder? Ah, hier fehlt ne Kurbel. Ah, okay. Oh, cool. Komm schon bestimmt irgendwie... Nein. So nicht. Gibt es hier? Ach komm! Das war doch... Ach, Mann ey. Komm noch einmal. Ja! Korrekt. Geklappt. So. So, was kann ich denn hier machen? Dödschen fahren. Drücke, um es in ein Legerboot einzusteigen, um das Wasser zu überqueren. Steige wieder aus. Ne, du. Bla bla bla. Y, Y, Y. Ähm... Wohl nicht so. Zack. Nice. Kann ich irgendwie... Gas geben? Ne. Ich kann hier lauter Geld einsammeln. Durch ne fette Höhle fahren. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Fährt ganz schön langsam, muss man sagen. Was ist das denn? Krass. Und hier gibt es einen Hobbington. So krasse Bauwerke hier. Alter Vater. Achso. Nein! Äh, achso, Legoboot. Nein! Oh Gott. Zum Glück, äh... Guck mal, da... Geldabzug oder so, wenn man da runterfällt. Ah, ich kann auch von hier hauen. Ist natürlich gut. Nicht aus Diebesholz geschnitzt. Wie haben wir denn hier? Ach! LOL! Das hier ist... Achtung, Spoiler, aber ich denke mal, das hat jeder gesehen. Wo die am Ende, äh... In Herdering im letzten Teil, äh, mit den Elbenschiff da wegfahren, glaube ich. Krass. Ich dachte, das wäre in, äh... Oh, oh, sorry. Ohohoho. In der Elbenstadt da gewesen. Achtung, wackelige Trittsteine versinken, wenn man drüber läuft. Der Hafenmeister. Ach, Quatsch, Junge. Keine Ahnung vom Leben, du. Boah, das geht aber ganz schön schnell, du. Aaaaah! Oh, Mann. Ach, die, die grauen da, die bleiben, glaube ich, stehen. Äh, die... Nicht so urban getarnt sind hier. Die hier. Oh, Mann, ey. Wenn ich sie treffen würde. Ich will ja jetzt rüber. Na, die bleiben stehen, okay. Na, ich war doch da drauf, ich hab mich doch gar nicht mehr bewegt. Warum rutscht der denn da runter? Ja, jetzt... Der rutscht da einfach runter. What the fuck? Na, komm schon, dreh die Kamera. Oh, Mann, ey. Der rollt halt auch so weit noch. Ey, Mann, das kann doch nicht sein. So. Zack, 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 zack. Zurück. Hier rüber. Da hin. Na, genau dazwischen! Oh, beim letzten. Oh, Mann, komm. Jetzt. Zack, 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 zack. Darüber. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Nicht zu weit. Ah! Nicht zu kurz. Ich will das jetzt packen, ey. Komm, da kann ich auch einfach von da. Nee, ich glaube, das ist zu hoch. Muss den nicht mal von da. Sonst gäbe es ja auch diesen Parkour hier nicht. Na, ich kann da auch ganz gut so drüber springen, ne? Geht irgendwie besser. Ach, da hält er sich so fest. Hält er sich ja auch automatisch fest. Oh! 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 Junge, 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 ey. Okay, der hält sich automatisch fest. Das Problem war nur... Wie bekomme ich jetzt... Ach, nein! Oh! Gott, nein! Was ist hier denn? Hier gibt es so viel zu... Oh! Alter! So viel zu entdecken. Kannst du dich auf einen Handel einlassen? Kommt drauf an! So, warte mal hier. Du kannst mich... Ja, das hatte ich schon mal irgendwo gelesen, glaube ich. Händler. Ich geh hier hin. Bäh! So... Der will... 80... Von den Dingen an. Gib mir dafür Fisch, oder was? 40 Fisch. Würdest du dich... Würdest du dich auf einen Handel einlassen? Bist du behindert, oder was? Du Spasti? Wirst du dir mal aus dem Maul geben, oder was? Ha? Soll ich mal? Komm, hier, komm, komm, komm. Bam! Junge, bam, Junge, bam, Junge, bam! Dich weg, dich weg, dich weg! Ja, guckst du dumm, ne? Tja. Oh, toll, da ist er wieder. Einlassen? Nee, Mann. Wollte ich nicht. Boah, da sind so viele Edelsteine. Guck ich denn da hin? So, kann ich hier nochmal irgendwie... Nee. Oh nein, da ist so ein Mitre... Ich muss da nochmal hin. Sorry, dass ich da jetzt nochmal rüberlaufe. Aber da ist ein Mitrechstein. Ich weiß noch nicht, was die bringen. Aber... Ich denke, die bringen einiges. Keine Ahnung, aber... Kann ich mir gut vorstellen. So. Da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, da... Ist er nicht gesprungen. Doch gedrückt. God damn! Du crazy liar, motherfucker, ey! So, hier drüber, hier... Aaaaah! 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 Alter, wenn du einmal raus bist, geht nix mehr. Zack! 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 Nein! Okay, mit dem... Einfachsprung ist es auch nicht so leicht. Oh wow. Zack! Zack! Man kann aber ruhig ein bisschen drauf stehen bleiben, sehe ich gerade. Aaaaah! Aaaaah! So, mega knapp. Oh, jetzt aber. Mann, Mann, Mann. So, ich will halt beides. Ich will... hier. Wie komme ich denn da, bitte? Äh... Oh Mann, ich seh hier nix. Das war mies. Wenn du springst, halte A gedrückt, um noch höher zu springen. Hä? Achso. Aaaaaah! Huuuuh! Huuuuh! Oooooolter. Yeah! Hm. Wie komme ich jetzt? Huuuuh! Okay, ich hab keine Ahnung, wie ich da oben an die Dinger komme, aber es ist mir jetzt auch egal. Alter. Komm. Top, 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 top. Oh, leck. Lego ist eins der wenigen Spiele, wo die Charaktere, Moment, tatsächlich genau die Sprossen benutzen von der Leiter. Das ist recht selten. So ein Spiel wie Lego macht das einfach mal. So. Jetzt müssen wir die Edelsteine da hinten. Wie viel Zeug es hier immer rauskommt. Hey, läuft schon mal ein bisschen durch. Oh, da kann ich überhaupt... Nee, muss ich das nicht abbauen. Ach, Mann. Ja, gut. Ach, hier hab ich mir irgendwie den Marker... Warum ist denn hier der Bilbo? Oder muss ich hier... Kann ich hier als Bilbo was machen? Ah ja, das ist hier Elbenhafen, wird mir unten angezeigt, glaube ich. Das ist tatsächlich hier, wo Bilbo abgefahren ist. Abgefahren. Da kann ich, denke ich mal, nicht hin. Was ist da hinten? Denke ich auch nicht. Kann ich hier hoch? Nee. Aber hier kommt ja sicherlich so ein Edelstein raus, oder? Nee. Wow. Wenn ich ein Boot hätte, würde ich die verlobtenen Flusshöhlen erforschen. Wow. Hab ich schon gemacht, Hänger. Bisschen Scheiß ist da. Oh. Oh. Könnte ich auch noch hin. Nice. Was ist mit dir? Bäm. Oh. Oh. Hier. Oh. Wie sind die da? Na Stein. Wie viel bringt der? Äh. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher hatte. Und hier ist... Auch noch. Was? Gut. Oder hat auch erledigt. So. Was ist jetzt hier?